Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe von Mathematik macht Freude Freunde. Mein Name ist Markus und ich bin dein Coach für das Arbeitsblatt Exponentialfunktionen. Du findest das Arbeitsblatt auf der unten angegebenen Webseite. Bitte lade dieses nun herunter und halte es griffbereit. Am besten ist es sicher, wenn du das Arbeitsblatt ausdrucken kannst. Wie der Titel bereits verrät, geht es in dieser Videoreihe um das Thema Exponentialfunktionen. Die Funktionsgleichung einer Exponentialfunktion hat die Form f von x ist gleich c mal a hoch x. Wir bezeichnen diese Funktion als Exponentialfunktion, weil wir die unabhängige Variable x im Exponenten finden. Die Zahlen 3 hoch pi und 4 hoch Wurzel 2 sind keine alltäglichen Zahlen. Sie sind aber keinesfalls irre, sondern wir bezeichnen sie als Potenzen mit irrationalen Exponenten. Mit Hilfe der Exponentialfunktionen können wir Prozesse mit exponentiellen Wachstum beschreiben. Ein Beispiel hierfür ist die Ausbreitung von Viren, wie es zum Beispiel aktuell beim Coronavirus der Fall ist. Des Weiteren können wir auch mit Hilfe der Exponentialfunktionen Prozesse mit exponentiellen Zerfall beschreiben. Ein Beispiel hierfür ist der Zerfall von radioaktiven Stoffen. Mit diesen Modellen können wir auch die Halbwertszeit berechnen, also jene Zeit, nachdem nur mehr die Hälfte des radioaktiven Stoffes vorhanden ist. Die eulische Zahl ist eine sehr wichtige Konstante. Sie hat ungefähr den Wert 2,71 und sie ist für die Exponentialfunktionen ähnlich wichtig wie die Zahl pi für die Berechnung vom Kreis. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Videoreihe und wenn du Start gab, ist, dann können wir gemeinsam loslegen.